Manchmal hat man direkt unter dem BH auch noch so einen kleinen Hautüberschuss, das wirft dann so eine Falte, auch die Bereiche kann man absaugen. Das sieht man dann oft im Bikini oder im BH und man erreicht einfach eine deutlich athletischere Figur, weil die darunterliegenden Muskeln einfach besser zur Geltung kommen und quasi der Rücken deutlich schlanker wirkt, obwohl jetzt kein Überschuss an Fettgewebe da ist, kann man hier wirklich das Maximum noch rausholen und den Rücken einfach besser definieren in diesen Bereichen.